Wenn man seine Biere nach Filmtiteln benennt und ein neuer Hopfen Belma heißt, dann liegt das Wortspiel mit Selma und Luis Belma und Luis ziemlich nah. Welche Brauerei das zugegebenermaßen nicht exklusiv hatte, das erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ihr seid alle gesund und munter und habt Lust heute auf ein, ja, wieder mal filmisch inspiriertes Bier, zumindest dem Namen nach. Und da sind ja Brewheart aus Otterfing in Bayern Experten drin. Oder zumindest versuchen sie das halbwegs durchzuziehen. Es gibt, glaube ich, ein paar Ausreißer. Aber ansonsten sind ihre Biernamen immer Filmtiteln inspiriert oder von Filmtiteln inspiriert. Und Belma, ein Hopfen, der im Augenblick auch wieder sehr gehypt wird, ist gerade am Start. Und ja, Belma und Belma, Selma und Luis, der Film, heißt folgerichtig dieses Double Dry Hopped, Double IPA, Belma und Luis. Allerdings, auf den Trichter sind schon ein paar andere gekommen. Als ich das Bier gegoogelt habe, sind mir, glaube ich, drei oder vier andere Biere gleichen Namens über den Weg gelaufen. Aber es liegt halt auch einfach so nah. Schauen wir jetzt mal, was die Bayern draus gemacht haben. Double Dry Hopped, Double IPA, haben wir schon gesagt. Wir haben es zu tun mit Belma, Strata und Mosaik, 8,2 Volumenprozent Alkohol und 18,8 Plato. Also wir sind im fettesten Doppelbock-Bereich. Und ich habe das Bier mal ein bisschen wärmer werden lassen, auch wenn es sich, wie gesagt, um ein Double IPA handelt. Aber ich glaube, so 5, 6 Grad sind ein bisschen kalt für das Bier. Und habe es mal so auf 8, 9 Grad warm werden lassen. Ich glaube, da liege ich nicht ganz falsch. Ja, Brut and Kent in Bavaria. Ich glaube, wir schauen uns einfach mal an, was aus Weizenmalz, Hafermalz und Gerstenmalz hier geworden ist. Denn auch Bruchard bei aller Kreativität unterliegen natürlich dem Gebot der Reinheit, wie es der Freistaat verlangt. Und ich bin gerade etwas, ein klein wenig überrascht. Und ihr wisst wahrscheinlich, warum. Ich vermisse da gerade ein bisschen die Trübe. Hätte mir die zumindest jetzt erwartet. Aber da kommt auch nicht mehr viel aus der Dose raus, selbst wenn ich... Ja, ein bisschen. Also ein schönes, getrübtes, goldgelbes Bier. Nicht zu intensive Trübung. Schöner, leicht cremefarbener Schaum. Sehr feine Kohlensäure im Glas zu sehen. Oh. Das ist mal wieder eine richtig schöne Fruchtpackung. Boah, also Lychee ist da ganz weit vorne. Das ist so ein bisschen Erdbeere noch mit dabei. Zitrusfrucht. Respekt. Schönes Süße auch mit in der Nase. Fruchtig, frisch. Sehr zum Wohl. Und es ist dann, ähm, äh, ja, es ist erstaunlich. IPA, hätte ich jetzt gesagt. Aber ich habe mich vielleicht einfach jetzt auch so sehr darauf verlassen, dass alles, was eben so mit Weizenmalz, Gerstenmalz, Hafermalz gemacht ist, zwangsläufig eine gewisse Trübung haben muss. Hat es ja auch bis zum gewissen Grad. Aber es ist eben doch kein New England Style Bier. Auch mal ganz erfrischend wieder. Hui, und es hat einen hohen Entvergehungsgrad. Merkt man aber eigentlich erst später. Äh, ansonsten ist es, ähm, schön fruchtig. Ähm, tropische Frucht ist schön am Start. Zitrusfrucht. Ähm. Litschi hat sogar eine gewisse Saftigkeit. Ähm, schöne Malzstruktur auch. Man merkt so ein bisschen den Hafer und den Weizen drin. Gibt dem Ganzen so eine schöne Weichheit. Ohne jetzt aber, wie gesagt, bis zu diesen New England Bieren dann komplett, äh, abzugleiten. Ähm, hat auch eine schön kräftige Süße. Ähm, aber die ist von der Hopfenbittere, äh, auch schön im Zaum gehalten. Und die würde ich jetzt mal, es wird ja bei Bruchert leider nicht angegeben. Oder hätte ich es jetzt übersehen? Nein, ähm, weil ich gerade gesehen habe, dass da noch was auf der Seite draufsteht. Ähm, ich würde die mal so bei, ähm, irgendwo zwischen 50 und 60 verorten. Geschmacklich. Ich weiß, diese, diese Werte, die werden ja mittlerweile, ähm, gerne weglassen. Ich hatte mit Max von, äh, Yankee and Crowd hatte ich neulich auch eine Diskussion, dass das, äh, diese klassischen Bittereinheiten Werte eigentlich gar nicht mehr viel aussagen. Ähm, weil einfach sie viele Werte in der Kaltopfung einfach nicht berücksichtigen. Oder beziehungsweise dadurch verfälscht werden würde. Entschuldigung, natürlich wird es da nicht bittere. Ähm, aber es hat, wie gesagt, eine, ähm, geringe Restsüße. Äh, hinten raus. Also es wird dann richtig schön trocken. Am Anfang hat man noch einen süßen Eindruck und dann fängt das so richtig an zu ziehen. Vom Körper her würde ich sagen, schön im mittleren Bereich. Kohlensäure ist ein bisschen zurückhaltend, nicht zu spritzig. Aber hallo, wir sind bei 8,2 Volumenprozent, 18,8 Plato. Ähm, da kann man auch, äh, was die Erfrischungswirkung angeht, durchaus ein bisschen auf die Bremse steigen. Ich liege auch mit der Temperatur, glaube ich, äh, ganz richtig. Äh, lässt sich sehr gut trinken dabei. Ähm, und, äh, hinten im Nachtrunk. Es hat so ein bisschen so ein leichtes Juicy-Finish. Die Bittere zieht sich schön in den Nachtrunk rein. Ähm, die ist so hart an der Grenze, dass sie irgendwo so ein ganz klein bisschen, ähm, hart sich aufblitzt. Bisschen Pinier ist noch mit dabei. Also, ist ein wirklich schönes, äh, Double-IPA. Eher mal wieder von der klassischen Seite her. Äh, und, äh, ich glaube, da muss man auch, äh, ja, Bruhard mal wieder recht geben. Ähm, ähm, ja, man, äh, man muss mal wieder so back to the roots, äh, diese ständigen und noch mal Hopfen und noch mal New England und noch mal mehr Hazy. Diese Geschichte ist so langsam für mich ein bisschen auserzählt und, ähm, es ist angenehm, wenn sich Brauereien dann auch mal wieder so auf die klassischen, ähm, IPAs zurückbesinnen und da wieder mal ein bisschen die Stellschrauben drehen und das Bier spannend machen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das, ähm, Belma und Luis ein sehr schön gelungenes Bier mit einer Hopfenkomposition, wie man sie auch nicht alle Tage findet. Und deshalb gibt's von ProbierTV vier. Von fünf möglichen Punkten für Belma und Luis aus dem Hause Bruhard. Und wenn ihr das Bier kennt, ist es ja gerade, glaube ich, frisch auf dem Markt, dann schreibt mal bei YouTube, Facebook oder auch einen Blog, was ihr davon haltet. Äh, würde mich sehr interessieren, ob das eure, äh, Geschmacksknospen mussiert hat oder ob ihr eher sagt, nee, dann, äh, bleibt doch lieber bei den New England-Geschichten. Oder ob ihr genau wie ich auch, ähm, lächzt quasi nach der einen oder anderen, ähm, ja, wieder Rückbesinnung auf klassische IPAs. Ich sage danke fürs Zuschauen, freue mich, wenn ihr ein Abo da lasst. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss, 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 tschüss. Tschüss, tschüss.